so meine freunde willkommen heute mal wieder eine runde robo kraft mit dabei ist natürlich der sand du kann genau so wie die ball jetzt mal loslegen und schauen dass es so geht ja das kann passieren muss mal gucken weil wenn ich es lauter stell und bei dem moment dann fangen bei den anderen leuten dann ist ganz klar versuchen zu patchen da machen wir folgendes es gibt ganz einfach eigentlich sagt dass man so macht das mit zu archivzwecken wenn ich gute bilder habe dass ich meinen freunden zeigen kann oder später die nochmals zusammenschneiden kann oder so okay legen wir los wo dann geht es hier lang ich bin immer gewohnt in die andere richtung zu laufen aber das falsch deswegen aber dafür müsste es punkte geben für diesen move was mich gerade fall weggebounced können sie doch das war zu fliegen unterwegs ja ich ziehe zurück der inschuss hat absetzen können das war es auch schon du hast es das so da hat er kommt der blätter oben jetzt ganzen dort bürsten ich habe raus da zwei power module drinnen gehabt aber so drohen wichser habe ich drunter kasse da könnte ich einfach tot vom stuhl fallen ist es so schwer ja wohl gebämmst was halt ich ach ja ich muss ich brauche dringend neun bot ich denke schon wo bist du jetzt alles gleich so mein freund überlebt überlebt ja das hat danach ein sprinter lex deswegen nehme ich eigentlich ganz lieber die normalen lex weil die halten bei weitem mehr aus so 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 Nein, nicht mehr nicht. Nope. Ach, ich liebe das. Die Banane ist eigentlich auch nur so'n Heiler. Wenn jemand zu dicht dran kommt, wird halt so ein Shotgun raus. Heiler und Türmerketten, ne? Hm. Na dann weiter, aber gut, nächste Runde. Wie gesagt, ich glaube die Schilde brauchst du in den Dingen hier nicht. Hurra, ich hab Connecting to Server. Super. Ich auch. Zept. Ich lass einfach mal so laufen mal, guck was im Hintergrund passiert. Ach ne, man kriegt ja keine Apparatsch-Waittime. Ne, da wird nichts passieren. Super. Tja, wir sind gleich wieder da. Tja, wir sind gleich wieder da. Dja. Tja.